Anmesslich meine Geburtstag, bekomme ich natürlich auch ein Sekt ausgegeben. Wunderbar. Das ist schön. Denn es wäre ein Geburtstag ohne Sekt. So, ich habe keine Ahnung, ich war. Ja, dann würde ich sagen, wir stutzen jetzt gemeinsam. Hi. Ah, jetzt stutze ich mit meinem netten Charmeins-Reisepartner an, den Sponsor dieser gesamten Reise. Ja, also dann, zum Wohle. Ich wünsche mir natürlich Glück, weitere Sprüche und Liebe. Und natürlich ist es für das, als die Nutzbegleiterin. Wie eine weitere schöne, interessante Freude. Und dann wünsche ich mir natürlich auch mehr Geld. Für das Komme. Also dann, zum Wohlen. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020